Ja, hier ist die wunderschöne Maria-Königin-Kirche im Süden von Köln, Marienburg, bei Radertal und Bayenthal. Und das hier ist eine unglaublich schöne Glaswand, die natürlich auch die Akustik hier im Saal sehr beeinflusst. Hier haben wir einen wirklich großen Nachhall. Hier ist diese besondere Orgel von Seifert mit Tulpen, Knospen und Blumen und Rosen. Und das ist eine elektrische, das heißt der Spieltisch ist fahrbar, der steht hier auf der rechten Seite. Und hier haben wir noch die schöne Krippe. Und auf jeden Fall diese Glaswand, die spiegelt wirklich buchstäblich die Liturgik wieder. Das heißt, man kann hier wirklich die Gebete oder soll man so absingen können. Und hier kann man dann in die berühmte Taufkapelle gehen. Wenn man hier aufmacht.